Welcome back to German-Deutsch.com. Let's see what we've prepared for you today. Dialog 4 im Restaurant. Was darf ich Ihnen bringen? Habt ihr schon eine Mahlzeit ausgesucht, meine Lieben? Ich nehme ein Menü. Ich nehme auch das Menü. Und was möchtest du essen, Klausi? Ich möchte nur eine Cola. Nein, Klaus. Du trinkst einen Orangensaft und nimmst das Gulasch. Ich will aber eine Cola und Pommes. Cola bekommst du nicht und wenn du die Pommes willst, dann nimm das Kinderschnitzel. Ja, aber nur mit den Pommes. Okay, aber du trinkst den Orangensaft. Gut, wir bestellen zwei Menüs. Nummer 7 und ein Kinderschnitzel mit Pommes und dreimal Saft. Etwas später. Der Ober bringt das Essen. Drei Menüs 6. Das Rindsgulasch. Nein, wir haben zwei Menüs 7 bestellt und das Schnitzel fürs Kind. Tut mir leid. Ich habe Gulasch vom Rind im Saft aufgeschrieben. Und wo sind die Getränke? Entschuldigung, wir haben ein kleines Problem. Der Saft ist aus. Wir haben aber noch Cola. Ja! Gut, aber nur heute. Bringen Sie dreimal Cola und vier Portionen Pommes. Herr Ober, bringen Sie die Rechnung. Es macht 8 Euro 5 Cent. Da haben Sie 10 Euro. Geben Sie bitte auf 9 heraus. Moment! Wir haben leider kein Wechselgeld mehr. Das gibt es doch jetzt nicht. Okay, hier haben Sie die 10 Euro und wir kommen nie wieder. Wieso, Papa? Das Essen war wirklich spitze. Click the link. Gut. Und aufches euch ganz Goodle appreciated. Da ist es immer wieder Fly with Whispa. ayı dann sch ethisch. �